hallo ich bin gerade beim spikey das ist spike spike ist um die sieben jahre ein ganz ein lieber familienhund ein super rüder er liebt menschen und er liebt kinder er mag gern kuscheln er mag gut alleine bleiben er macht nichts mehr kaputt es ist ein richtig ausgewachsenes brachtexemplar schätze mal er ist so point der boxer mischung und ja er ist einer meiner lieblinge hier im garten muss ich ehrlich sagen spikey jetzt die ganzen hunde wir wollen ja dein gesicht sehen ja weil er ist so ein richtiger ja so ein richtiger seelenhund vor circa zwei jahren haben wir ihn in corfu in der mitte von corfu circa gefunden da war er nur noch ein skelett und seitdem ist er jetzt bei uns und wartet auf seine chance auf eine familie und ich kann nur sagen also er ist wirklich ein der richtige freund des menschen spike wie gesagt er ist er begnügt sich hier mit seinem kleinen käfig wir gehen natürlich spazieren mit ihm er ist ein lieber er liebt menschen er liebt kinder er mag hunde aber manche unkostritten rügen mag er nicht aber das ist ja nicht so schlimm also spikey sucht sein zu hause ja bravo spiky spike bravo du bist so toller du bist so toller spike nein bleib bleib schatzi geben wir die flattes Oja, oja, oja.